Liebe Gäste hier im Saal, zu Hause an den Streaming-Bildschirmen, lieber Philipp Felsch, lieber Oliver Precht, ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe unserer Reihe Theorien zur Praxis. Fans der Reihe wissen, dass wir uns bei dieser Reihe zweimal im Jahr mit Theoretikerinnen, Philosophinnen beschäftigen, die uns faszinieren, die uns irritieren. Und der Philosoph, der heute im Mittelpunkt des Abends steht, für den gilt ganz sicher beides, also Faszination und natürlich auch Irritation, Verehrung bis hin zu Abscheu. Es geht um Martin Heidegger, einen der umstrittensten und einflussreichsten Philosophen des 20. Jahrhunderts. Möglicherweise fragen Sie sich, warum wir hier im Museum ausgerechnet ihn auf das Podest heben. Gegenwärtig scheint die Demokratie immer mehr unter Druck zu geraten, in Deutschland, in verschiedenen Ländern Europas, weltweit. Und Sie fragen sich vielleicht, warum stellen Sie hier im Museum angesichts solcher Tendenzen nicht eine Theoretikerin oder eine Philosophin ins Zentrum, die die Menschen für die Vorzüge der Demokratie begeistern kann. Warum Heidegger, der nun wahrlich kein Demokratietheoretiker war und von dem viele vor allem noch eins wissen, dass er sich und seine Philosophie 1933 als Rektor der Universität Freiburg enthusiastisch mit dem Nationalsozialismus und dem Führerprinzip verbannt. Ein, wie er selbst sagt, gehorchen, das sich dem Diktat der Wahrheit des Seins unterwarf. Bis heute halten die Auseinandersetzungen in der Heidegger-Forschung darüber an, wie das Engagement Heideggers zu bewerten ist. Oliver Precht hat in seinem Ankündigungstext für den heutigen Abend sehr schön zugespitzt formuliert, war es die logische Konsequenz seines Denkens oder der naive Fehltritt eines im Kern unpolitischen Philosophen? Unter anderem darum wird es heute Abend gehen. Fakt ist aber jetzt schon, ein Grund, warum wir von Museumsseite finden, dass man sich mit Heidegger gerade auch jetzt wieder beschäftigen sollte, ist, dass er eine Aktualität jenseits der universitären Philosophie gerade nicht als einen im Kern unpolitischer Denker hat, sondern als einen Philosoph, der in den letzten Jahren vor allen Dingen als politischer Philosoph wiederentdeckt wird im Kontext der neuen Rechten und das nicht nur in Deutschland, sondern offenbar auch bei den Ideologen der eurasischen Ideologie im Umfeld von Wladimir Putin und anderswo. Was, unter welchen Umständen kam Heideggers Philosophie auf, was machte sie so erfolgreich und was hat sie uns heute noch zu sagen? Bei Theorien zur Praxis folgen wir ganz grob immer der Dramaturgie dieser drei Fragen. Ich freue mich wie immer sehr auf die Antworten auf diese drei Fragen im nun folgenden Gespräch zwischen Philipp Felsch und Oliver Precht, unserem heutigen Gastexperten, und darf sie Ihnen beide kurz vorstellen. Oliver Precht ist Philosoph und Literaturwissenschaftler am Zentrum für Literaturforschung in Berlin. 2019 hat er mit einer Arbeit über Martin Heidegger an der LMU in München promoviert, die 2020 unter dem Titel Heidegger zur Selbst- und Fremdbestimmung seiner Philosophie erschienen ist. In dieser Arbeit entwickelt er in 100 Abschnitte gegliedert, man kann sagen, nichts weniger als eine Gesamtinterpretation von Heideggers Denken, die das Interesse von Heideggers Philosophie, nämlich seine philosophische Politik, offenlegt. Oliver Precht forscht aktuell am ZFL in einem Forschungsprojekt über Karl Marx in Frankreich zur Selbstbestimmung der französischen Theorie von 1945 bis 1995. Und wie man daran sehen kann, interessiert er sich neben Heidegger auch noch für die französische politische Theorie des 20. Jahrhunderts, für den Marxismus, darüber hinaus für philosophische Anthropologie und für brasilianische Literatur und Philosophie. Er ist auch als Übersetzer tätig und hat unter anderem zahlreiche Texte von Derrida, George-Diti Übermann und Didier Eribon aus dem Französischen, beziehungsweise von Fernando Pessoa und Eduardo Viveiros de Castro aus dem Portugiesischen ins Deutsche übersetzt. Schön, Oliver Precht, dass Sie heute da sind. Gastgeber des heutigen Abends ist wie immer Philipp Felsch, Professor für Kulturgeschichte an der Humboldt-Universität zu Berlin. Mit seinem aktuellen, im Frühjahr erschienenen Buch, wie Nietzsche aus der Kälte kam, Versuch einer Rettung, hätte er eigentlich selber mal als Experte auf diesem Podium Platz nehmen können, aber das kommt vielleicht noch. Als Ideengeber und Moderator begleitet er die Reihe von Anfang an, also seit 2015 und sie ist gewissermaßen unter dem Eindruck seines damals erschienenen Buches, der lange Sommer der Theorie, Geschichte einer Revolte entstanden. Vielen Dank an Sie beide, dass Sie heute Abend hier wieder dabei sind. Ich wünsche Ihnen einen anregenden Abend und bringen Sie sich gern in die Debatte ein im Anschluss an das Gespräch hier auf dem Podium, indem Sie einfach danach an die zwei Mikrofone, die zwei Saalmikrofone treten und Ihre Frage stellen. Vielen Dank und einen guten Abend. Vielen herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Kann man mich gut hören? Ja. Vielen Dank, liebe Susanne, für die Einladung, für die Möglichkeit, diese Reihe hier fortzusetzen. Ich freue mich darüber enorm. Wir haben ja in den letzten zwei Jahren auch Corona-bedingt, glaube ich, pro Jahr nur eine Veranstaltung hingekriegt und versuchen jetzt wieder in den gewohnten halbjährlichen Rhythmus zu finden. Ich freue mich ganz besonders, dass Oliver Precht bereit war und zugesagt hat, hier heute mit mir über Heidegger zu sprechen, weil er, wie Susanne Ilmer eben schon gesagt hat, ich halte es nochmal hoch, ich habe eben nicht gesehen, ob sie das auch schon getan hat, ein fantastisches Buch über Heidegger geschrieben hat, was sowohl eine pointierte Interpretation und Kritik seiner Philosophie enthält, aber durchaus und deswegen macht es auch in dieser Reihe, in meiner Verlag, wo eigentlich philosophische Klassiker erscheinen, macht es auch Sinn, man kann es wirklich auch als gute Einführung in Heidegger lesen. Es ist ein Rundumschlag, eine Gesamtlektüre der Schriften Heideggers und es ist vor allem glasklar geschrieben und wenn Oliver Precht heute Abend auch nur halb so klar spricht, wie er schreibt, dann haben sie hier einen wunderbaren Zugang zu dieser ja doch auch in ihrer Begrifflichkeit immer wieder sehr esoterischen Philosophie von Heidegger. Ich habe eben mit einer Spur von Neid gesehen, dass im Publikum hier und da Rotwein getrunken wird. Früher hat man uns hier aufs Podium auch noch Spirituosen gestellt, erinnere ich mich, so haben wir angefangen, aber vielleicht sind die Zeiten auch etwas ernster geworden und hier oben bei Wein zu sitzen im Stil eines philosophischen Salons würde vielleicht dem Anlass unseres Abends nicht gerecht werden. Susanne Ilmer hat da ja schon einiges zu gesagt, ich will gar nicht viele Worte zu Heidegger verlieren, über den ja tatsächlich wahrscheinlich schon alles gesagt worden ist. Einer der wichtigsten Philosophen des 20. Jahrhunderts, ohne den viele philosophische Strömungen, die bis heute auch noch ganz wichtig sind, nicht denkbar gewesen wären. Kein Existenzialismus satrischer Prägung, keine Dekonstruktion der Ridascher Prägung wären denkbar gewesen ohne Heidegger. Auf der anderen Seite einer der Umstrittensten, sein NS-Engagement, die Weigerung, sich davon zu distanzieren oder irgendetwas zu bereuen, ganz herzlichen Dank, wichtige Arbeitsmaterialien noch. Hannah Arendt, die in jungen Jahren ein leidenschaftliches Liebesverhältnis zu Heidegger unterhalten hatte und ihm in gewisser Weise auch immer loyal geblieben ist, hat auf die Frage, ob Heidegger einen schlechten Charakter gehabt habe, gesagt, Heidegger hatte überhaupt keinen Charakter. Und dieses Urteil findet man auch bei anderen Zeitgenossen ein sehr, sehr schlechtes, negatives Urteil über Heideggers Persönlichkeit. Das geht auch aus vielen Verhältnissen zu ihm nahestehenden Menschen hervor, aus seinen Briefwechseln. Das ist die Frage der Persönlichkeit. Daneben steht die Frage des Werks. Und diesem Werk wollen wir uns heute vor allem zuwenden. Wir werden auch über Heidegger, über seine Biografie, ein bisschen über seine Person sprechen, aber wir wollen natürlich die wichtigen Fragen stellen. Geht Heideggers politisches Engagement zwangsläufig aus seiner Philosophie hervor? Ist diese Philosophie heute damit hinfällig geworden oder lohnt es sich immer noch, sie zu lesen? Und wenn ja, was können wir von Heidegger heute noch retten? Und zuletzt, diesen Anspruch haben wir immer auch in dieser Reihe, was sind eigentlich die zentralen Ideen und die zentralen Anliegen dieses philosophischen Werks? Ja, wir fangen wie immer an mit einem nicht zu langen Parcours durch Heideggers Biografie und Denkbiografie. Ich glaube, ich muss heute besonders auf die Uhr gucken, weil man sich schon bei diesem ersten Punkt locker eine Stunde verplaudern könnte, ohne dass es, glaube ich, langweilig wird. Aber wir haben ja insgesamt ungefähr nur 60 Minuten, weil Sie auch noch zu Wort kommen sollen. Deswegen lege ich mir hier mal mein Handy, meine Uhr ganz deutlich hin, damit wir nicht zu viel Zeit verbrauchen. Ja, zu den berühmten Heidegger-Bormos gehört dieser merkwürdige Satz, den er mal in einer frühen Vorlesung über Aristoteles gesagt hat. Heidegger hat seine Philosophie hier fast ausschließlich in der Auseinandersetzung, in der Lektüre der philosophischen Klassiker entwickelt. Und da hat Heidegger gesagt, über Aristoteles. Aristoteles wurde geboren, arbeitete und starb. Damit war das Kapitel Aristoteles' Biografie für ihn erledigt und er wandte sich dem Werk zu. Ich glaube, auf diese Art und Weise über Heidegger zu sprechen, macht keinen Sinn, oder? Nee, ganz und gar nicht. Und also erstmal nochmal danke für die doppelte, sehr freundliche Vorstellung. Nee, man muss unbedingt über Heideggers Biografie auch sprechen, aber man sollte auch nicht nur über Heideggers Biografie sprechen, was ja in den letzten Jahren sehr ausführlich getan wurde, mal wieder. Also diese Auseinandersetzung mit Heideggers Biografie, natürlich insbesondere mit dem Engagement, also Engagement ist auch sein eigenes Wort dafür, deswegen muss man auch mal ein bisschen vorsichtig sein mit dieser Sprache. Ich verwende es jetzt mal trotzdem, mit dem Engagement für den Nationalsozialismus, seinem Antisemitismus. Das sind wichtige Themen und die sind auch nicht völlig unabhängig von seinem Denken. Genau, und vielleicht fangen wir aber trotzdem nochmal kurz mit den sozusagen Hard Facts an, mit ein paar biografischen Eckdaten. Also Heidegger wurde 1889 in Messkirch geboren. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Bodensee. Der Vater war Küster oder auch Messner, wie man auch dazu sagt, also eine Art Hausmeister in der Kirche. Katholische Kirche? Genau, dazu komme ich gleich noch ganz kurz. Der eben auch für das Glockenläuten zuständig war, was Heidegger immer sehr stilisiert in seinen autobiografischen Überlegungen. Das heißt, es gab eine sehr enge Verbindung zur katholischen Kirche. Und was ganz interessant ist, das hat der Biograf Guillaume Pellin vor allem herausgearbeitet, dessen ursprünglich auf französisch erschienene Biografie ist jetzt auch vor kurzem auf Deutsch erschienen, die ist sehr gut, kann ich sehr empfehlen. Das Dorf war in der Zeit gespalten, es gab eine Art Religionskonflikt zwischen den sogenannten Altkatholiken. Die lehnten das Unfehlbarkeitsdogma der katholischen Kirche ab, das 1870 verkündet wurde. Und die Altkatholiken, entgegen dem Namen Alt, waren sozusagen eher die modernere, wohlhabendere Seite des Dorfes. Eher sozusagen die Bildungseliten, eher weltlich, eher modern eingestellt, wobei natürlich im Rahmen von diesem kleinen katholischen Dorf, sollte man es auch nicht sich zu weltlich vorstellen. Und denen, diesem Altkatholiken gegenüber standen die Romtreuen, zu denen gehörten eben Heideggers Eltern. Und die waren sozusagen eher bäuerlich geprägt, eher reaktionär, eher heimatverbunden. Darin kann man einen möglichen Ursprung für diese später sehr ausgeprägte, oder eigentlich ein ganzes Leben lang sehr ausgeprägte Modernismuskritik sehen. Vielleicht auch für den Antisemitismus. Ja, er ist ja auch dieser Gegend immer treu geblieben, nicht? Also dem Schwarzwald. Später hat er die berühmte Hütte in Messkirch gebaut, glaube ich auch. Da hat er zumindest, so wie er sich stilisiert hat, auch seine Werke dann geschrieben nach dem Krieg. Also diese bäuerliche Welt, der Schwarzwald, die Heimat und Erdverbundenheit mit heimischer Scholle ist ganz wichtig für diese Biografie. Aber dann kommt ja eigentlich eine ziemlich glänzende Universitätskarriere, oder? Ja, genau. Er fängt dann an zu studieren in Freiburg. Erst auch Theologie, was natürlich irgendwie das Naheliegendste war aufgrund der Biografie. Wechselt dann aber relativ schnell zur Philosophie über, wo er dann auch promoviert, habilitiert. Dort bei einigen sehr guten Lehrern auch lernt. Herausragenderweise natürlich Edmund Husserl, sein wichtigster Lehrer. Der Begründer der Phänomenologie. Genau, das ist natürlich für die ganze weitere Entwicklung besonders wichtig. Er schreibt dann eine Habilitationsarbeit über Duns Gotus, über Kategorienlehre. Walter Benjamin kriegt das damals irgendwann in die Hand und schreibt dann, ich weiß nicht mehr an wen, schreibt das in Grauen auf das Buch. Da steht nichts drin. Da kann man sich ja selbst davon überzeugen. Ich finde das auch nicht so interessant. Lernen Sie uns außerdem noch bei Heinrich Rickert, das ist ein Neukantianer. Das ist auch noch wichtig zu betonen, weil eben das sozusagen zwei Grundströmungen waren zu der Zeit und Heidegger sich doch in beiden ziemlich gut auskannte. Also das kann man ja vielleicht auch mal festhalten, weil das ist ja wirklich auch wichtig. Er ist vertraut mit den zeitgenössischen Strömungen, auch mit den neuesten Strömungen in Deutschland in der Philosophie, mit dem Neukantianismus, mit der Phänomenologie vor allem auch. Und von diesen philosophischen Strömungen wird er sich aber vehement dann abstoßen. Genau. Und damit erlangt er dann auch schnell Berühmtheit. Also ich glaube, wie geht die Karriere weiter? Zwischen Freiburg und Marburg, glaube ich, hat er seine Professuren, oder? Genau. Er wird dann 1918 Assistent von Husserl, ist dann quasi Privatdozent, darf auch lehren, was er auch sehr ausgiebig tut. Das Jahr 1918 ist überhaupt sehr wichtig. Man kann auch sagen, dass das das Jahr der Abkehr vom Glauben ist, die sehr endgültig ist und sehr rabiat auch. Also danach äußert er sich immer sehr, sehr, sehr abfällig über die Kirche. Indem er auch eine Eigenständigkeit gegenüber Husserl gewinnt, was Husserl lange Jahre gar nicht merkt. Der denkt immer, na, das ist mein Schüler, der macht schon so in etwa das, was ich auch mache, bis er dann irgendwann mal seine Zeit liest und merkt, das hat eigentlich nichts mit dem zu tun, was ich mache. Aber das hat er gar nicht direkt gelesen? Doch, er hat dann mal angefangen und dann hat er sich intensiver damit auseinandergesetzt. Das war so ein bisschen ein längerer Prozess. Auf jeden Fall gab es auch eine gewisse Enttäuschung dann, abgesehen natürlich von der politischen Enttäuschung, die dann noch hinzukam, gab es auch eine philosophische Enttäuschung, weil dazu können wir dann vielleicht nochmal darauf zurückkommen, dass ein ziemlich massiver Bruch ist eben auch zwischen Husserls Phänomenologie, die sich ja immer noch als höchste Wissenschaft versteht und Heideggers Philosophie, die im Grunde genommen diese Begründung der Wissenschaft als etwas total Unwichtiges, als ein Nebenprodukt der Philosophie ansieht und der es eigentlich um etwas ganz anderes geht. Eine interessante Sache ist auch noch, dass ja in diesem, Heidegger wird dann noch im letzten Kriegsjahr ganz kurz eingezogen zum Wetterdienst und muss dann kurz so eine Art Ausbildung machen und kommt zu diesem Zweck nach Berlin, das ist auch 1918 und läuft dann einmal über die Friedrichstraße, auf der anscheinend damals viele Prostituierte unterwegs waren und schreibt einen völlig schockierten Brief an seine Frau und verflucht in diesem Brief, das ganz beeindruckend zu lesen, verflucht die Moderne, die Stadt und da merkt man sozusagen, da baut sich so ein innerer, ganz tiefsitzender Hass auf das städtische Leben irgendwie auf. Stadt, Moderne, das ist ein Pol, von dem sich Heidegger abstößt und zeitlebens fernhält. Wie ist, also er war ja an ganz, zwar ganz wichtigen deutschen Universitäten als Hochschullehrer beschäftigt, aber natürlich an Provinzuniversitäten in Marburg und Freiburg. Hatte er nicht auch oder hätte er nicht einen Ruf auch in die Reichshauptstadt Berlin bekommen können? Hat er den nicht sogar mal abgelehnt oder klar gemacht, dass ihn das nicht interessiert? Ich weiß es gar nicht genau. Vielleicht verwechsel ich das auch. Nee, das ist ganz richtig. Also er hatte dann eben diese erste Station in Freiburg als Assistent, dann war er drei, vier Jahre in Marburg als Professor und dann musste er ganz schnell seine Zeit schreiben, um sozusagen qualifiziert zu sein, diesen dann sehr große Nachfolge von Husserl eben anzutreten, was er 1928 nach dem Erscheinen von seiner Zeit dann auch getan hat. Und zu diesem Zweck musste er eben ein großes Buch publiziert haben, sonst hätte man ihm diese sehr bedeutende Stelle eben nicht gegeben. Okay, aber das Ding ist, kann man sagen, unter Zeitdruck ziemlich schnell runtergeschrieben, oder? Ja, also man kann natürlich sagen, dass es, also diese ganzen Vorlesungen, die er über diese, sagen wir mal, 15 Jahre hält, die kann man ja jetzt alle lesen und die sind wie so ein, das ist wie so eine konstante Arbeit an so einem, an so einem Strang von Fragen. Und sein und Zeit hält dieses sozusagen eigentlich immer weitergehende Fragen an einem bestimmten Punkt an und nimmt eigentlich alles auf, was in den vorangegangenen Vorlesungen so entwickelt wird, bringt es dann so ein bisschen in neue Ordnung, gibt dem auch ein bisschen, weil das muss sozusagen, also das bisschen das Problem an seiner Zeit ist, dass das verschiedenen Zwecken dient. Das dient wirklich diesem Zweck, dass er diese Professur bekommen möchte, das dient auch dem Zweck, sich zu präsentieren, da werden manche Sachen ein bisschen unklarer, als die eigentlich in diesen Vorlesungstexten sind. Also oft, gerade wenn man anfängt, sich mit Heidegger zu beschäftigen, heutzutage, wo man das eben alles so leicht zugänglich hat, ist es viel leichter, diese Vorlesungen zu lesen. Die sind viel klarer und da wird viel weniger rumtaktiert und genau, aber das, also sozusagen, seine Zeit ist im gewissen Sinne auch eine Zweckschrift gewesen. Und der Ruf nach Berlin, den gab es sogar zweimal, einmal 1930, den hat er dann abgelehnt und dann gab es ja noch ein zweites Mal 1933, den hat er wieder abgelehnt. Und es gibt eine ganz skurrile Szene, in dem Moment, in dem er die abgelehnt hat, das erste Mal, diesen Ruf, wurde das von den Freibürger, sehr nationalistischen Studenten gefeiert und die sind dann mit einem Fackelmarsch vor seinem Haus gezogen und haben dort nachts dann gerufen, Heidegger, Heidegger und haben sich eben, waren eben total überzeugt davon, dass er nun der irgendwie geistige Führer dieser nationalistischen Bewegung, die auch schon in die Richtung von Nationalsozialismus ging. Also Heidegger war ein Star, kann man sagen, hat schon früh eine Studentengeneration für sich einnehmen können, eine Studentengeneration fasziniert. Hannah Arendt, die zu diesen Studierenden gehörte, hat geschrieben, schon vor der Publikation von Sein und Zeit ging sein Name wie ein Gerücht vom heimlichen König der Philosophie oder so durch die Lande. Also der Mann hat von sich Reden gemacht und die Studenten waren begeistert. Das hat ja auch mit seinem ganz spezifischen Habitus zu tun, oder? Das war kein Professor wie die anderen Professoren damals. Der war auf eine gewisse Art und Weise vollkommen unprofessoral. Ja, unbedingt. Also bei Hannah Arendt muss man trotzdem ein bisschen sozusagen das auch immer mit Vorsicht genießen, weil sie trotz einer zwischenzeitlichen Entfremdungsphase fast ihr ganzes Leben Heidegger völlig verfallen war. Das heißt auch diese, was Sie jetzt eben zitierten, aus dieser berühmten Rede zum 70. Geburtstag, die sie 1969 im Radio vorgetragen hat, die dann auch gedruckt wurde im Merkur. Das ist sicher irgendwie richtig, aber so einen ganz unverstellten Blick auf die Sache hat sie glaube ich auch nicht. Und in der Erinnerung ist sicherlich auch manches dann ein bisschen romantisiert. Aber diesen Gestus von Heidegger kann man vielleicht nochmal ganz gut nachvollziehen. Als er dann nach Marburg geht, schreibt er an Jaspers, ich gehe dorthin mit einem ganzen Stoßtrupp. Das schreibt er so, dieses Wort. Also er bringt eine ganze Reihe von Studierenden mit und dieser Stoßtrupp, der soll sozusagen dort diese bürgerliche, etablierte Philosophie aufmischen. Also er schreibt dann auch oft, dass die meisten Philosophie-Professoren sind in seinen Augen Bonzen. Die verwalten nur die Philosophie, aber die machen eigentlich keine richtige Philosophie. Und diesen Gestus hat er natürlich auch vor sich her getragen und dem sind natürlich gerade junge Leute auch natürlich relativ leicht verfallen. Und natürlich in diesem Vokabular Stoßtrupp, da steckt das Militärische drin, es gibt diese Kritik am Bürgertum und durchaus auch am Kapitalismus. Die kommt bei Heidegger natürlich damals schon nicht von links, sondern von rechts. Also er steht dem nahe, was man damals als neue Rechte bezeichnen könnte in den 20er Jahren. Also einem großen, diffizilen Milieu, dem irgendwie auch die Nationalsozialisten zugehören. Aber nicht nur, wir sprechen auch von konservativer Revolution. Also in diesem Milieu bewegt sich Heidegger und da sind natürlich auch viele der Studenten, die er begeistert hat. Nicht alle, siehe Hannah Arendt oder auch viele andere spätere Assistenten von Heidegger dann, die überhaupt nicht in dieses Milieu gehörten. Aber da gibt es eine große Faszinationskraft, die von ihm ausgeht. Berühmt ist ja der Skianzug oder ein Wollanzug, mit dem er irgendwie seine Vorlesungen teilweise gehalten hat. Also er war auch wirklich im Auftreten in der Kleidung enorm stilbewusst und antiprofessoral und antiakademisch. Sie schütteln den Kopf, wird das vielleicht etwas... Stilbewusst sind natürlich Ansichtssache. Also man kann ja über Stil streiten, vielleicht war der Stil ganz furchtbar schlecht, aber zumindest hat sich Heidegger eben präsentiert. Also er hatte ein Gespür dafür, wie er ankommt und wie er ankommen will. Das haben sich natürlich auch sehr viele Leute darüber lächerlich gemacht. Er hatte diesen sogenannten existenziellen Anzug, wie seine Studenten dann immer gesagt haben. Man kann sich das einfach auf Bildern angucken, das ist ein bisschen skurril. Aber diese Selbstzivilisierung, die ging ja weit darüber hinaus. Also das ging ja... Der Anzug ist natürlich eine lustige Anekdote, genauso wie die Hütte, auf die er sich dann immer zurückgezogen hat, um seine Bücher zu schreiben. Das wusste natürlich auch jeder und wenn man ihn besuchen wollte, musste man an diesen Berg hochgehen. Aber es geht natürlich tief bis in die Sprache und auch bis in das Denken hinein. Und das ist vielleicht sogar noch interessanter. Genau, vielleicht gehen wir erst noch ein bisschen weiter in der... Genau, kurz noch, weil wir, genau, wir müssen auch gleich dann ein bisschen den Zeitraffer einschalten, weil wir uns natürlich schon wieder viel zu lange aufhalten mit diesen total interessanten Details. Ganz kurz noch zum Habitus von Heideggers Philosophieren, weil das ja wirklich sowohl die Person Heidegger als auch das Werk und seine ganze Sprache und Begrifflichkeit, er hat ja auch eine ganz neue Begrifflichkeit in der Philosophie geprägt, über die wir gleich sprechen wollen. Es gibt dieses berühmte Zusammentreffen mit Ernst Kassirer, einem jüdischen, großbürgerlichen Philosophie-Ordinarius aus Hamburg, der natürlich das philosophische Establishment damals repräsentiert hat. Und der trifft sich nun 1929 zu den sogenannten, zu so einer Art Sommerakademie mit Heidegger in Davos, in der Schweiz, und sie debattieren über ihre Philosophie. Und diese Begegnung wurde natürlich auch als der Zusammenprall, zwei ganz unterschiedliche Typen von Philosophen verstanden. Es gibt viele Zeugnisse von Zeitgenossen, von Studenten, die damals dabei waren und die das genauso wahrgenommen haben. Da tritt ein Professor auf, ein junger Professor mit einem völlig neuartigen Gestus des Philosophierens. Und das war irgendwie sensationell und unerhört. Ja, da gibt es natürlich, da ranken sich auch ein bisschen die Legenden darüber. Also man kann das im Gespräch oder zumindest Teile davon nachlesen im Anhang zu dem berühmten Kant-Buch von Heidegger. Die haben auch hauptsächlich über Kant geredet, aber nicht nur. Aber eine Anekdote, die das nochmal ein bisschen verdeutlicht, ist, dass die dann mehrere Teilnehmer dieses Treffens sind dann Skifahren gegangen und Heidegger berichtet dann ganz euphorisch, dass er der Beste war, der beste Skifahrer von allen. Und Kassierer lag während der Zeit kränklich im Bett. Und sozusagen, das hat sich dann so verselbstständigt. Das wurden dann irgendwie so Legenden, dass der eine ist so der zupackende, erdverbundene Philosoph, der sozusagen im Leben steht und der andere ist so ein bisschen der... Genau, und diese Selbststilisierung hat natürlich Heidegger total gefallen. Die hat er auch selbst ständig produziert. Also ein Bruch mit dem Habitus der Buchgelehrsamkeit, kann man sagen, nicht? Okay, und wie geht es dann weiter? Jetzt nähern wir uns ja dem so entscheidenden Jahr 1933 an in Heideggers Biografie. Genau, das ist natürlich, dazu kam und müsste man natürlich sehr viel sagen. Wir kommen darauf zurück. Wir wollen jetzt erstmal nur ganz kurz so abstecken, was eigentlich passiert ist. Genau, was passiert ist, ist spätestens ab 1931 hat er sehr eindeutige Sympathien für den Nationalsozialismus und vor allem auch für Adolf Hitler selbst. Er empfiehlt dann seinem Bruder 1931, kurz vor Weihnachten glaube ich, unbedingt Mein Kampf zu lesen, weil es ein ganz tolles Buch sei. Also spätestens ab da ist das eigentlich relativ klar. Es gibt dann auch so losen Kontakt zu nationalsozialistischen Studentenvereinigungen und 1933 tritt er in die NSDAP ein und übernimmt dann das Rektorat der Freiburger Uni, wie er später behauptet, auf das Drängen der Universität und der Parteistellen. Das ist in der jetzt gerade erschienenen, sehr interessanten Biografie von Lorenz Jäger, weist ja darauf hin, dass Heidegger diesen Begriff des Drängens eigentlich die ganze Zeit verwendet, wenn er Ausflüchte sucht. Er schreibt auch immer an seine Frau, wenn er eine seiner zahllosen Affären hat, dass er bedrängt wurde von dieser anderen Frau und zu dem Rektorat wurde er eben auch gedrängt. Wobei gedrängt zu werden von etwas doch eigentlich seiner Vorstellung von einer eigentlichen Existenz, es sei denn, man wird von sich selber gedrängt und von seinem eigenen Vorlaufen wollen, seiner Vorstellung von einer eigentlichen Existenz total zuwiderläuft, oder? Dass man von Äußeren, von Anderen möglicherweise sogar zu irgendetwas gedrängt wird. Ja, deswegen ist es auch nicht sonderlich glaubwürdig. Also ich meine, das sind halt diese späteren Selbstverklärungen, da will er natürlich sich möglichst weitgehend aus der Affäre ziehen. Solche Erzählungen passen ihm natürlich dann gut ins Konzept. Das ist dann später im Bereinigungsprozess, in Briefen an frühere Freunde, die ihm dann eben natürlich auch alle möglichen berechtigten Vorwürfe machen, versucht er sich dann immer so ein bisschen rauszuwinden. Hanna Aran hat gesagt, er war ein notorischer Lügner. Genau, in der kurzen Phase der Klarheit würde ich sagen, die ungefähr von 45 bis 50, bis sie ihn dann wieder trifft und ihm wieder auf erstaunliche Weise wieder verfällt. Genau, schreibt sie eben an Karl Jaspers zum Beispiel solche Sachen, dass er ein notorischer, zwanghafter Lügner ist, dass er völlig charakterlos ist. Genauso auch über seine Frau äußert sich da sehr abfällig. Sagt er mal, dass sie mordsdämlich ist sie und sie wird bis an ihr Lebensende alle Juden ertränken wollen. Und so, das steht dann in den Briefen. Genau, und später sieht sie die Dinge vielleicht nicht mehr so klar. Genau, aber diese... 33, das Rektorat. Genau, wir sind 33, übernimmt er das Rektorat und ist dann sehr ambitioniert darin, was wiederum auch ein bisschen gegen diese These des Drängens verspricht, versucht auf eine sehr rabiate Weise das Führerprinzip in der Universität durchzusetzen. Immer auch mit diesem Gestus gegen die Bonzen, gegen die, die sozusagen dieses Universitätssystem verwalten. Das muss jetzt revolutioniert werden, alles muss umgeworfen werden, alles muss nach diesem Führerprinzip neu gestaltet werden, wobei er natürlich der Führer der Universität wäre. Der sich aber trotzdem, das ist ganz wichtig, absolut dem politischen Führer, nämlich Adolf Hitler, unterordnet. Also der hat da gar keine Ambitionen in diese Richtung. Aber der möchte natürlich, und die Vision ist sogar ein bisschen, dass alle Universitäten Deutschlands irgendwie auch diesem Führerprinzip unterworfen werden und dass es sozusagen wie so eine hierarchische Struktur gibt, unter der dann alle gegliedert sind. Er wird dann, ich mache das jetzt ganz kurz, die Sachen sind komplex, aber er wird dann relativ schnell enttäuscht. Aber, und das ist wichtig, nicht von der Unmenschlichkeit des Nationalsozialismus, sondern eher davon, dass der Nationalsozialismus nicht radikal genug ist, vor allem an der Universität. Also er nimmt dann die Partei, das ist auch eine relativ komplexe Gemengelage, aber er nimmt die irgendwie als Bremser wahr. Und abgesehen davon ist er auch ein sehr schlechter Universitätspolitiker. Also er hat einfach auch keine Ahnung, wie man das macht. Da gibt es auch so eine Anekdote, dass seine Frau dann, als er die Berufung zum Rektor annimmt, da sagt sie zu ihm, aber Martin, das kannst du doch überhaupt nicht. Und da sollte sie auch recht behalten, das kann er nämlich wirklich nicht. Also der hat von diesen, der hat einfach nie so wirklich über Politik nachgedacht und ist dann auch in diesen Institutionen total verloren und macht das dann sehr aus so einem Bauchgefühl heraus und das funktioniert alles nicht so sonderlich gut. Jedenfalls legt er ein Jahr später schon... Über Politik, diese Fußnote können wir an dieser Stelle machen, hat Heidegger natürlich auch in seiner Philosophie, kann man sagen, nie nachgedacht. Also die Politik, das Politische, ist diesem Denken eigentlich in gewisser Weise zutiefst fremd. Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen. Ja, das ist vielleicht sogar das Grundversäumnis seiner ganzen Philosophie, früh und spät. Jedenfalls ein Jahr später schon legt er das Rektorat wieder nieder, 1934, was aber nicht bedeutet, dass er sich von seinem Engagement für den Nationalsozialismus sofort lossagt. Es gibt sogar eher noch mal kurz eine Phase verstärkter Aktivitäten, in der er denkt, er könnte vielleicht noch auf andere Weisen universitätspolitisch Einfluss nehmen, ohne eben dieses Amt des Rektors innezuhaben. Genau, aber auch das kommt dann zu einem Ende. 1935, also wiederum ein Jahr später, ungefähr, so ganz genau kann man das mal nicht datieren. Und danach, für den Rest der Zeit, also bis 1944, 1945, hält er weiterhin Vorlesungen, ist weiterhin akzeptiert dort. Es gibt keine offene Kritik, ich kenne auch keine private Kritik, außer sozusagen an bestimmten Dingen, die passieren, aber keine sozusagen Fundamentalkritik am Nationalsozialismus. Sein Lehrer Husserl, der als Jude seine Universitätskarriere beenden musste, ist natürlich längst weg aus Freiburg. Und das gehört auch zu den sehr unrühmlichen Kapiteln, glaube ich, von Heideggers akademischer Biografie, nicht wie er damit umgeht, also mit dem Rauswurf von seinem Lehrer. Ja, das ist auch nochmal ein Kapitel für sich. Ja, aber da hat er sich nicht mit rumbekleckert, wie in vielen anderen Dingen eben auch nicht. Er sagt dann eben, naja, dieses Gesetz muss jetzt eben überall so durchgesetzt werden, dass es zwar in diesem Fall schade ist oder unglücklich, aber es ist im Interesse der Deutschen, dass das jetzt so durchgeführt wird. Und da kann man natürlich auch nicht überall Ausnahmen machen und so. Das ist eben seine Position. Die ist natürlich gegenüber seinem Lehrer, dem er alles verdankt, ja, es ist eben charakterlos, wie Hannah Arendt das so schön gesagt hat. Genau, aber jedenfalls in dieser Zeit, ab 1936 in etwa, datiert man meistens eben sozusagen den Beginn der Spätphilosophie, in der dann sehr viele Manuskripte verfasst, die alle nicht veröffentlicht werden, weiterhin sehr rege Vorlesungen hält, über Nietzsche recht viel, über Hölderlin, über die Vorsokratiker. Und dann sehr einschneidend ist dann wiederum das Kriegsende 1944-45. Das ist für ihn ein Moment der totalen Katastrophe, was ja auch jetzt nicht sonderlich verwunderlich ist. Vor dem drohenden Einmarsch, das ist auch noch eine besonders bezeichnende Anekdote, also Freiburg wird etwa ab November 1944 bombardiert und Heidegger flieht dann vor dem drohenden Einmarsch auf eine Burg mit einer Prinzessin Margot von Sachsen-Meiningen, auch überzeugte Nationalsozialistin, die offiziell seine Sekretärin ist, aber tatsächlich seine Affäre. Und mit der flieht er auf diese Burg und lässt seine Frau in Freiburg zurück, während die Stadt eingenommen und bombardiert wird. Und dort sitzt er dann mehrere Monate in dieser Burg und es gibt dann wirklich unglaubliche Briefe an seine Frau, in denen er dann noch ständig jammert, dass es für ihn so schlimm ist in dieser Burg, weil er sich nämlich dann noch so ein neues Arbeitsdomizil einrichten möchte und die Handwerker kommen die ganze Zeit nicht. Also es ist eine unglaubliche Szenen. Vielleicht, weil wir müssen jetzt gleich so ein bisschen über Heideggers philosophische Grundideen sprechen. Zwei Sätze noch ganz kurz über den Rest von Heideggers Leben. Ich glaube, er ist 76 gestorben, oder? Stimmt das? Also da kommen noch drei Jahrzehnte nach 1945. Wie ist seine Situation in der Nachkriegszeit, in der Bundesrepublik, in Westdeutschland? Was für einen Status hat er da? Und wie verhält er sich in öffentlichen Äußerungen, wie verhält er sich zu seiner Vergangenheit? Und wie verhält er sich zur Gegenwart? Aber das sollten wir nur ganz kurz andeuten. Also er hat ein sehr, sehr mildes Entnazifizierungs- beziehungsbereinigungsverfahren. Ihm wird dann kurz die Lehrerlaubnis entzogen, aber er bekommt auch weiter Geld. Also es ist kurz ein bisschen prekär, aber im Grunde genommen hat er ein unglaubliches Glück, was auch wiederum mit vielen Lügen zu tun hat. Relativ bald darauf kann er aber wieder lernen und vor allem hält er dann auch sehr viel beachtete Vorträge in München, Bremen und er fährt dann irgendwie relativ bald nach Kriegsende davon, dass er sehr großen Einfluss und sehr großen Ruhm in Frankreich auf einmal genießt, was er davor gar nicht wusste. Und diese ganze sozusagen Frankreich-Rezeptionsgeschichte, die er auch bis heute anhält, die hat ihm dann in vielerlei Hinsicht nochmal neuen Schwung gegeben. Er hat dann sehr berühmt, vielleicht nach seiner Zeit der berühmteste Text, der Humanismusbrief, in dem er in eine Kontroverse in Frankreich eigentlich interveniert, eigentlich auf einen Text von Sartre reagiert. Der Existenzialismus ist ein Humanismus, heißt der Text. Auf den Inhalt, das würde jetzt zu weit gehen, ganz wichtig wäre vielleicht noch kurz zu erwähnen, weil das auch so hohe Wellen geschlagen hat, ist das ja seit 1966, da ist gerade mal wieder eine der immer mal wieder aufkochenden Heidegger-Debatten im Tobt im deutschen Feuilleton, da hatte gerade Adorno das Buch geschrieben, Jargon der Eigentlichkeit, Jargon der Eigentlichkeit, da hat der Löwitt kurz davor das Buch geschrieben, ich denke, in dürftiger Zeit, richtig, und Hühnerfeld und Schneeberger und so, alles sehr kritische Sachen gegenüber Heidegger. Genau, es gibt diese Kontroversen schon in den 50er Jahren. Genau, und dann ist Heidegger eben, hat dieses berühmte Interview für den Spiegel gegeben, vielleicht können wir da nochmal später drauf eingehen, das ist auch ganz interessant, das wurde dann aber erst veröffentlicht, als er gestorben ist, das hat er sehr benutzt, um nochmal ein anderes Bild von sich zu zeichnen. Das ist nämlich, also zunächst mal verfügt er dann über eine ganz andere Rhetorik, also Philosophie ist nicht mehr Angriff, das ist nicht mehr Stoßtrupp, sondern er stilisiert sich dann als den, als eher als ein Hirt des Seins, als ein Handwerker, der am Haus der Sprache baut. Also das sind Metaphern der Stille, des Abfahrtens, der Zurückgezogenheit, er sitzt ja auch zumindest partiell teilweise in seiner Hütte im Schwarzwald und das ist dann so dieser neue metaphorische Hof, in dem sich Heidegger aufhält, nicht? Absolut, ja. Ja, im Spiegel, auch wenn man dieses Spiegelinterview liest, da gibt es übrigens auch ein lesenswertes Buch von Lutz Hachmeister, wo die ganze Entstehungsgeschichte dieses Spiegelinterviews, Rudolf Augstein war enorm erpicht darauf, dieses Interview zu bekommen, erschreckend, wie Heidegger an keiner Stelle irgendeine Form von Reue oder von Fehlern, von Reue zeigt oder Fehler eingesteht, also ein wahnsinnig, auch da wieder, also persönlich kleinlich ein Gestus der Selbstrechtfertigung bis ins Letzte hinein. Das ist wirklich immer wieder frappierend, wenn man das liest und wenn man dann die schwarzen Hefte liest, also seine Denktagebücher, könnte man vielleicht sagen, die jetzt seit einigen Jahren veröffentlicht werden, dann bestätigt sich das und wird noch durch Lamoianz eigentlich verstärkt. Ja, das wahrscheinlich bestürzendste Dokument dieser Zeit ist ja, also das noch etwas Unmittelbare nach dem Krieg, ist ein Briefwechsel mit Herbert Marcuse, der ihm eben die ganzen Schrecken des Nationalsozialismus vorwirft und ihn fragt, wer sich dazu verhält. Ein Schüler von ihm? Genau, ein wichtiger Schüler von ihm. Und er aber selbst Marxist war. Und ihn fragt, wie verhältst du dich dazu? Du hast daran aktiv mitgewirkt. Und die Antwort ist sehr merkwürdig. Er sagt dann, er bezieht sich dann auf die Vertreibung der Ostdeutschen, die natürlich kurz zuvor stattgefunden hatte, und sagt dann in ihrem Brief sollte, nee, müsste, statt die Juden die Ostdeutschen stehen. Dann wäre es richtig. Dann wären die wirklichen Gräueltaten benannt. Und dann antwortet Herbert Marcuse nur darauf, naja, mit dem, was die schreiben, haben sie sich außerhalb dessen gestellt, wo noch ein Gespräch möglich ist, nämlich außerhalb des Logos. Und das ist irgendwie natürlich die richtige Antwort. Aber, und dann diese späteren, der berühmteste Satz aus dem Spiegelinterview ist natürlich, nur ein Gott kann uns noch retten. Das ist der berühmteste Satz aus diesem Interview. Und der scheint erstmal ein bisschen harmloser. Aber letzten Endes meint er fast dasselbe. Also es gibt sozusagen, alles, was sozusagen im Zweiten Weltkrieg passiert ist, im Nationalsozialismus passiert ist, geht auf eine schicksalhafte Bewegung zurück, die über das Handeln der einzelnen Menschen hinausgreift, in dem es eigentlich kaum Handlungsspielraum gibt, zumindest nicht in der entscheidenden Hinsicht. Und deswegen kann auch kein Mensch uns aus diesem Schicksal retten, sondern nur ein Gott. Und das ist natürlich im Grunde genommen ein ganz ähnlicher Rechtfertigungsgestus. Also diese, Heidegger spricht ja selbst von einer dürftigen Zeit, er spricht auch vom Interregnum in dieser Nachkriegsperiode. Er ist natürlich ein großer Kritiker von Verwestlichung, von Amerikanisierung, von Demokratie und igelt sich im Grunde in so einer Warteposition, in der Position des raunenden Propheten ein, der davon spricht, dass man irgendwann wieder die Chance bekommen wird, etwas zu tun, was ihm ein Anliegen ist von Anfang an, nämlich irgendwie in eine ganz andere Form von Existenz, in eine eigentliche Existenz, so wie es im Frühwerk in Sein und Zeit heißt, zu kommen. Also es gibt eine Grundintention dieser Philosophie, die er eigentlich durchhält bis zum Schluss, auch wenn sich das Vokabular ganz stark verändert. Jetzt sollten wir mal, und das tut man immer sinnvollerweise, indem man sich am Frühwerk orientiert, also vor allem an Sein und Zeit, aber auch an den ganzen Vorlesungen aus den 20er Jahren, so ein paar dieser zentralen Begriffe, mit denen sich das philosophische Anliegen von Heidegger charakterisieren lässt, sollten wir uns angucken. Das Problem dabei, also Heidegger ist ein großer Begriffsschöpfer, Sie werden einige dieser Begriffe auch schon mal gehört haben, sein Genie, muss man auch sagen, besteht darin, Begriffe aus der Alltagssprache zu nehmen und sie mit philosophischer Bedeutung aufzuladen. Deswegen hat er eine ganz eigene philosophische Terminologie geprägt. Wenn man jetzt bei einem dieser Begriffe anfängt, die hängen alle wie so ein Spinnennetz zusammen, muss man eigentlich immer dann noch fünf andere Begriffe klären. Insofern kann man auch fast beliebig einsteigen, aber vielleicht tun wir es mal, wir wollen jetzt einfach mal, ich würde Ihnen, Herr Precht, einfach so ein paar Begriffe hinwerfen und Sie können die so ein bisschen kommentieren und ich versuche sie dann zwischendurch zu bremsen, weil man kann natürlich über jeden dieser Begriffe abendfüllen sprechen und hat sie dann am Ende wahrscheinlich alle einmal durchdekliniert. Also Sein und Zeit versteht sich ja als Analytik des Daseins oder auch der Existenz. Da kommt dann später der Begriff der Existenzphilosophie oder des Existenzialismus in Frankreich. Was hat es mit diesem Dasein auf sich? Und das ist wirklich nicht so leicht, das jetzt irgendwie einigermaßen einfach zu erklären. Also eine schwierige Frage, aber man muss natürlich, wenn man über Heidegger redet, sich mit dieser Begrifflichkeit auseinandersetzen. Ja, also zunächst mal kann man sagen, Dasein ist zunächst mal ein Begriff, der den Begriff des Menschen ersetzt. In den frühen französischen Übersetzungen stand dann auch Realité humaine. Nicht sehr gute Übersetzung, aber das ist egal. Aber dann kann man ja fragen, warum muss man denn den Begriff des Menschen überhaupt ersetzen? Also so könnte man ja anfangen zu fragen. Oder warum will Heidegger das? Dasein ist, könnte man sagen, die Seinsweise des Menschen vielleicht. Ja, vielleicht. Aber sozusagen, man kann erst mal fragen, warum will Heidegger das überhaupt ersetzen? Also man kann ja auch einfach Mensch schreiben. Aber er hat ja einen Grund dafür. Und ich denke, die Antwort ist tatsächlich, dass sich Heidegger eben nicht für den Menschen interessiert. Es gibt ja schon eine Wissenschaft vom Menschen, nämlich die Anthropologie. Es gibt eine empirische und eine philosophische Anthropologie. Und die interessiert sich für den Menschen als solchen. Ich spreche jetzt sozusagen ein bisschen aus der Perspektive von Heidegger, um das ein bisschen nachvollziehbar zu machen. Also die interessiert sich für den Menschen, insofern er ein Sein das ist. Das wäre jetzt ein bisschen in Heideggers Jargon natürlich gesprochen. Und das gilt für die ganze Anthropologie. Also ganz gleich, ob die jetzt als Ethnologie operiert oder eben als philosophische Anthropologie. Und Heidegger interessiert sich nur peripher für den Menschen als solchen, für den Menschen als Sein des. Nicht mal so sehr für das Sein des Menschen, wenn man darunter so etwas wie das Wesen des Menschen versteht. Sondern er interessiert sich für den Menschen als Dasein. Und mit Dasein ist der Mensch, oder als Dasein ist der Mensch eher ein Geschehen, könnte man sagen, als ein Sein des, also ein Etwas. Und dann ist natürlich die interessante Frage, was für ein Geschehen das eigentlich ist. Also mit Geschehen meinen Sie jetzt auch etwas, was in der Zeit stattfindet, nicht? Ja, da kommt man dem Zeitbegriff schon nahe. Und er interessiert sich jetzt aber nicht für irgendein Geschehen, das mit dem Menschen so passiert, das ihm so zustößt, wie uns irgendwas zustößt. Ja, oder Politik zum Beispiel. Genau. Die Situation, die politisch hochdramatische Situation der 20er Jahre, das ist damit nicht gemeint. Genau, das meinte ich mit dem Satz, dass er sich nicht für den Menschen interessiert. Das ist merkwürdig, obwohl er natürlich seine ganze Frühphilosophie man so zusammenfassen könnte, dass sie eben diese Daseinsanalyse ist. Und Dasein ist ja immer schon ein merkwürdiges Wort, das oft dann mit Bindestrich geschrieben wurde, bedeutet so etwas wie für dieses Sein, das der Mensch ist, interessiere ich mich, weil das der Ort, das da ist, an dem so etwas wie Sein passiert. Und dann kann man sich fragen, okay, was bedeutet das? Ist alles irgendwie sehr mysteriös. Das ist jetzt schon dicht am O-Ton, Heidegger. Ja, ja, genau. Aber man muss ja sozusagen in diese Terminologie zumindest einmal rein, sonst kann man, also so ganz ohne Begrifflichkeit, kann man auch nicht um Eidegger gehen. Nein, nein, den Anspruch haben wir hier ja auch. Und ja, das, was eben sozusagen da seiner Meinung nach passiert, anderes als das der Mensch, das tut, was wir irgendwie so normalerweise dem Menschen zuschreiben, ist eben ein Geschehen, das nennt er in der frühen Philosophie immer Transzendenz. Und Transzendenz heißt erstmal für ihn überschreiten. Und was überschreitet man, was wird da überschritten? Das ganze Seinde. Das ganze Seinde wird überschritten, hin zu dem, was er Sein nennt. Also es geschieht da ein Verständnis von Sein. Der Mensch, bevor er noch Mensch ist, überspringt erstmal das ganze Seinde hin zu dem Sein. Also das Seinde wäre das, was in der Welt, was da ist. Genau, was so vorliegt. Was vorliegt. Aber das Verrückte ist bei Heidegger, beim frühen Heidegger, dass es eigentlich noch gar nicht ist. Das ist eigentlich erst, wenn Dasein geschieht. Das ist so eine merkwürdige Denkfigur, die ist am Anfang auch ein bisschen verwirrend. Das heißt, er spricht dann oft davon, da ist alles nur befindlich, alles befindet sich nur dort, aber ist noch gar nicht. Es ist erst dann, wenn es Dasein gibt, das heißt, wenn Sein verstanden wird, weil das die Voraussetzung dafür ist, dass das Seinde als etwas verstanden wird. Und erst wenn es als etwas verstanden wird, ist es auch. Genau. Das klingt sehr pathologisch, aber das ist sozusagen die... Dieses Dasein, also wir können ja auch Mensch dafür mal einsetzen, um verständlich zu bleiben, entwirft eigentlich seine eigene Welt, könnte man sagen. Oder der Weltzugang, der Zugang zum Seinden ist dem Dasein erst möglich, wenn es in diesen Prozess, eine eigene Welt zu entwerfen, irgendwie eingetreten ist. Oder? Das kommt ja auch aus der Phänomenologie, aus der phänomenologischen Lebenswelt. Kann man das sagen? Genau. Also es gibt sozusagen... Heidegger versucht sozusagen die Begründung dafür zu liefern, dass... Also sozusagen auf einer deskriptiven Ebene würde er sagen, naja, wenn wir uns so in der Welt bewegen, dann ist alles, dem wir begegnen, schon als etwas verstanden. Von uns. Von uns. Und alles, dem wir begegnen, ist auch schon auf uns bezogen, in dem Sinne, dass das mit unseren eigenen Zielen, mit unseren eigenen Wünschen, Ängsten und so weiter in einem intimen Verhältnis steht. Aber das machen wir nicht erst, wenn wir auf der Welt sind, sondern das ist schon geschehen in dem Moment, in dem wir auf der Welt sind. Das heißt, dafür benutzt er diesen Begriff der Transzendenz, der eben nicht, was ist, was wir dann und wann mal machen, sondern was immer geschieht, wenn wir existieren. Und das ist diese doppelte Bewegung, einmal die Dinge als etwas zu verstehen, als Seiendes zu verstehen und die sozusagen in unsere Welt zu integrieren. Das heißt aber, also all das, mit dem wir irgendwie umgehen, zu dem wir einen Bezug entwickeln können, existiert für uns nur insofern, dass es irgendwie auf uns bezogen ist. Das ist damit Bericht Heidegger mit so einem ganz einflussreichen, vielleicht auf Descartes zurückgehenden Vorstellung von dem menschlichen Subjekt auf der einen Seite und dem Objekt, also wenn man so will, dem Rest der Welt, der ihm irgendwie gegenübersteht. Diese Welt, mit der es der Mensch zu tun hat, die steht ihm nicht objektiv gegenüber, sondern die entsteht für den Menschen nur insofern er dieses Dasein vollzieht. Und insofern ist ihm auch alles nur zugänglich, insofern er es als Bezug zu sich konstituiert. Man kann das so schön an diesem Begriff des Zeugs, oder? Also ein Hammer zum Beispiel, den man hat, das ist Zeug für den Menschen. Das ist kein Ding, wie ihn die Physik beschreiben könnte. Was heißt Zeug? Können Sie das kurz erläutern? Daran kann man doch diesen Bezug ganz gut eigentlich darstellen, oder? Ja, das ist sozusagen die, das ist ja das berühmteste Beispiel aus seiner Zeit. Ein Beispiel, also die Beziehung, die wir zur Welt unterhalten, die beschreibt er dann als Sorge. Also es geht immer irgendwie um was. Wir stehen dem Ding nie neutral gegenüber. Und das Beispiel, das er dafür benutzt ist, zum Beispiel, dass ein Handwerker, wenn der mit einem Hammer interagiert, sozusagen, dann sieht er den nicht an wie ein Objekt. Der steht nicht davor und guckt diesen Hammer an und denkt sich, dies ist dein Hammer, sondern er benutzt den. So wie das kathesische Subjekt. Genau. Also der Grundmodus der Existenz ist nicht so etwas wie erkennen, ist eigentlich auch nicht handeln, sondern ist eher so eine Art Umgang mit den Sachen. Das ist dann auch sein Begriff dafür. Der entscheidende Punkt ist dabei, aber dass das oft ganz implizit vonstatten geht. Dass man das einfach macht. Und der wissenschaftliche Zugang zu den Dingen, dass man die Dinge als solche betrachtet, der ist eigentlich nur ein nachträglicher, abgeleiteter Modus. Das heißt aber auch, wenn der wissenschaftliche Zugang nachträglich und abgeleitet ist, darin ist schon impliziert, dass die Wissenschaft überhaupt nicht zu dem in der Lage ist, wozu sich Heideggers Philosophie selbst in der Lage hält. Nämlich zu etwas viel fundamentalerem als einfach nur sozusagen sich einem Seinden gegenüberzustellen und das als solches zu verstehen. Das ist für ihn eine überhaupt gar nicht so interessante und wichtige. Also die letzte Intention seiner Philosophie ist nicht das reine Erkennen. Nee, überhaupt nicht. Sondern das geht darüber hinaus. Und damit kommen wir dann natürlich auch in die politische Verstrickung dieser Philosophie. Aber wir müssen kurz noch zumindest zwei, drei Begriffe jetzt klären. Also dieses Dasein beschreibt und diese Transzendenz, also diese Bewegung des Daseins, sich selbst zu entwerfen und eine eigene Welt zu schaffen, das bezeichnet Heidegger auch in der Welt sein, als in der Welt sein. Also das Dasein ist kein, der Mensch ist kein isoliertes Objekt, was einer Welt gegenübersteht, sondern er ist immer schon in dieser Welt, die er selbst entworfen hat. zu der zum Beispiel eben so das Zeug gehört, ein Hammer, der aber dann Teil dieser Welt ist und gar nicht isoliert werden kann als einziges Objekt, als einzelnes Objekt, sondern der eben viele Bedeutungsbezüge einfach hat für einen Handwerker zum Beispiel. Genau, also dieses Geschehen der Transzendenz, das habe ich jetzt aus einem bestimmten Grund stark gemacht, weil das, also sozusagen diese doppelte Bewegung, diese Welt entwerfen, in der alles sozusagen auf einen selbst bezogen ist und die Dinge als irgendetwas verstehen, das heißt Transzendenz und das geschieht die ganze Zeit, aber ohne, dass wir das wissen oder merken. Das ist irgendwie implizit. Und weil das so ist, in den Worten von Heidegger, sind wir nicht nur in der Welt, sondern verlieren uns auch an die Welt, verlieren uns in irgendwelchen Tätigkeiten, die wir da so machen, aber verstehen gar nicht, was eigentlich die ganze Zeit geschieht. Dieses Geschehen, das in uns geschieht, dazu haben wir eigentlich gar keinen Zugang. Und der Witz ist natürlich, dass seine Philosophie von sich behauptet, sie kann das nicht nur verstehen, sondern dadurch, dass sie das versteht, macht sie dieses davor implizite Geschehen, das in uns die ganze Zeit abläuft, explizit und verändert damit fundamental unser Dasein oder unsere Existenz. Also dieses Verfallensein an die Welt, also in dem das Subjekt, in dem das Dasein seine Welt kreiert oder in dieser Welt sich bewegt, in dieser Welt geschieht, ist es dieser Welt zugleich verfallen. Bei Heidegger wird das bezeichnet mit dem Modus der Uneigentlichkeit, nicht? Genau. Und diese Uneigentlichkeit, die hat natürlich sehr schnell... Also das wäre auch so das, was wir irgendwie wahrscheinlich, was man als Alltagsleben, wir versuchen ja immer zu übersetzen, oder? Ein irgendwie bewusstloses oder nur halbbewusstes Alltagsleben. Man ist halt so in seinem Trott, in seinen Routinen und wird vor allem einfach auch diktiert von äußeren Zwängen, von dem, was einfach so gemacht werden muss. Also ein irgendwie nur halbbewusstes Leben, oder? Eine Art Dämmerzustand. Genau. Es ist gleichzeitig auch das Leben in einer modernen Gesellschaft. Also das Leben in einer Demokratie auch. Das ist für ihn Verfallenheit an die Welt. Da wird ganz viel geredet. Man beschäftigt sich ständig mit den Dingen, die um einen herum geschehen, aber achtet sozusagen nicht auf das, was eigentlich in einem sozusagen metaphysisch passiert. Man tut zum Beispiel so furchtbare Dinge wie die Zeitung lesen. Ja, genau. Heidegger bezeichnet das auch als das Mann. Was ist damit gemeint? Also die Verfallenheit als an das Mann. Das ist die Vorstellung, die ja sozusagen auch sehr weit verbreitet war unter konservativen Intellektuellen zu der Zeit. Nur bei Heidegger hat das eben diese ganze philosophische Fundierung. Die habe ich jetzt natürlich nur angerissen. Das ist jetzt sehr oberflächlich. Aber das heißt, ganz viele würden vielleicht sagen, naja, dieses Existieren hier in der Demokratie, das hat so etwas Gleichmachendes, Nivellierendes. Alle Meinungen gleichen sich an. Alle werden mittelmäßig. Das haben alle möglichen Leute zu der Zeit gedacht. Nur Heidegger hat sozusagen dem einen, man könnte sagen, existenzphilosophische Grundlage gegeben. Und deswegen hat das natürlich viel stärker resoniert bei ganz vielen Zeitgenossen. Und das Mann bedeutet eben so, dass man nicht selbst spricht, nicht authentisch ist, sondern so redet, wie man halt so redet. Und so handelt, wie man halt so handelt. Etwas runtergebrochen. Ja, also da steckt natürlich auch so eine Medienkritik drin. Da stecken ganz viele Elemente einer konservativen, zeitgenössischen Kulturkritik drin. Und Heideggers großes Talent besteht eben darin, ich habe es vorhin schon mal gesagt, diese Begriffe einer Kritik an den Medien, an der demokratischen Öffentlichkeit. Es ist die erste Republik auf deutschem Boden, die Weimarer Republik in dieser Zeit, der Heidegger natürlich sehr kritisch gegenübersteht, wie rechtskonservative Kreise damals generell. Heidegger nimmt diese Begriffe aus dieser Kulturkritik und baut sie eben in seine Philosophie ein. Und klar ist, dass das Mann irgendwie viel gemein hat mit so einer ständig im permanenten Gespräch sich zerstreuenden demokratischen Öffentlichkeit. Und diesem Zustand, diesem Dämmerzustand, dieser uneigentlichen Existenz des In-der-Welt-Seins, setzt er nun eine ganz andere eigentliche Existenz gegenüber. Und seine Philosophie hat im Grunde das Ziel, den Menschen oder das Dasein, wir dürfen ja streng genommen nicht vom Menschen reden, wir tun es trotzdem, um halbwegs zumindest verständlich zu sein, um in diese eigentliche Existenz hineinzuführen. Wie muss man sich das vorstellen? Die Grundüberlegung ist eben, dass das Wesen unserer Existenz ausmacht, führt in diese Verfallenheit an die Welt. Und die einzige Bewegung, die diesen Fall, wie so eine Art transzendentalen Sündenfall umkehren kann, ist eben erstaunlicherweise seine eigene Philosophie. Das ist das Einzige, was in der Lage ist, den Menschen aus dieser misslichen Lage zu retten. Aber das Problem ist natürlich, dass Heidegger niemals über Politik nachgedacht hat. Das heißt, es ist ja gar nicht so leicht zu sagen, was dann eigentlich an die Stelle dessen treten soll, was da nun gerade ist. Wie die Menschen dann leben sollen, wie er sich das vorstellt. Weil das eine ist natürlich zu sagen, ja, ich erkläre euch jetzt, wie die Transzendenz, wie das Dasein funktioniert. Und dadurch eröffne ich euch einen Weg oder kann euch ein Stück Weg führen hin zu einer eigentlichen Existenz. Aber was diese Existenz dann sein soll, darauf hat er natürlich erstmal keine Antwort. Aber natürlich soll das eine selbstbestimmte Existenz sein, im Gegensatz zur Fremdbestimmung durch das Mann, durch das In-der-Welt-Sein. Und wie kann, also zumindest bevor wir darüber reden, wie das dann konkret aussehen soll, oder bevor wir über das Vakuum reden, wenn es um diese Frage geht, wie stellt sich das Heidegger vor? Was kann seine Philosophie leisten, um zu so einer selbstbestimmten eigentlichen Existenz zu führen? Was für ein, er beschreibt das ja auch als eigentlich so eine Art Erleuchtung, ein Aufwachen, ein Erwachen, was da stattfindet. Welche Einsicht möchte er vermitteln, dem Dasein? Naja, die Einsicht ist, also die Einsicht, die man gewinnt, durch diese Analyse der Strukturen, die ja uns alle selbst betreffen, wenn das dann stimmt, was er sagt, führt dazu, dass man sich eben herausreißen muss aus diesem Verlorensein in ständige Gespräche, ständige Aushandlungen, auch ständige Flucht vor den eigenen schicksalshaften Fragen und zu denen möchte er hinführen, zu den Fragen, zu den letzten Fragen sozusagen. Wozu lebe ich eigentlich? Was ist eigentlich der Sinn des Lebens? Diese Art von Fragen. Und das wird dann unter dem Begriff der Entschlossenheit gefasst, der natürlich sehr wichtig ist für Heidegger in der Frühphilosophie. Nur die Frage, die immer offen bleibt, ist eben die Frage entschlossen, wozu eigentlich? Genau, also Heidegger bezeichnet das auch als Stimmung. Entschlossenheit als Stimmung oder als Haltung, als Habitus könnte man vielleicht auch sagen. Übrigens, auch damit grenzt er sich ja ganz vehement von der akademischen, professoralen Philosophie ab, die eigentlich eher auf Gelassenheit gesetzt hatte. Also der Philosoph arbeitet darauf hin, der Welt gelassen gegenüber zu sein. Das ist so ein Erbe der stoischen, spätantiken Philosophie. Der Gegensatz, Heidegger, die Entschlossenheit. Also einen philosophischen Habitus, der überhaupt nicht dieses kontemplative, zurückgelehnte hat, sondern der eben so ein Erregungszustand auch ist und der diesem Bewegungsmoment der Transzendenz, von der Sie gesprochen haben, auch irgendwie entspricht. Also seine Philosophie soll auch in diesen Modus der Entschlossenheit eigentlich versetzen? Er sagt einmal ganz deutlich in der Vorlesung, Philosophie ist Angriff auf den Menschen. Die muss den Menschen angreifen und ins Dasein treiben. Und das ist natürlich alles andere als gelassene Theorie, gelassene Betrachtung. Aber Entschlossenheit hat doch auch mit der Einsicht zu tun, dass das Dasein eigentlich selbstbestimmt ist, oder? Und sich seine eigene Welt entwirft. Also im französischen Existenzialismus ist später dann die Rede von radikaler Freiheit und davon, dass der Mensch zur Freiheit verurteilt ist, weil er nämlich sich selbst entwirft. Und der Kern dieses Denkens ist doch bei Heidegger eigentlich auch schon angelegt, oder? Ja, aber diese radikale Freiheit kann ja nur hergestellt werden, wenn man sozusagen ständig diesen Durchgang durch diese Philosophie macht. Und ich denke, das ist bei Sartre dann schon... Das ist etwas anderes. Aber dazu muss man auch noch vor allem, nur ganz kurz noch einen Satz dazu, also dazu muss man ja vor allem auch sagen, dass Sartre dann ja auch in ähnliche Probleme gerät. Er ist ja dann irgendwann auch gezwungen, sich nochmal tiefergehende Gedanken über die Geschichte und über Politik zu machen, was er am Anfang eben auch nicht macht. Das ist nur bei ihm dankbarer, weil er sozusagen von der biografischen Prägung natürlich nicht dazu geneigt hat, mit den Nazis zu kollaborieren. Deswegen ist das auch alles viel sympathischer. Aber der kommt natürlich dann sozusagen systematisch gesprochen irgendwann auch in ähnliche Probleme. Und über diese Probleme müssen wir jetzt abschließend sprechen. Also wie diese Philosophie, die wir jetzt mit einigen Begriffen skizziert haben, also dieser Versuch, von der uneigentlichen in die eigentliche Existenz hineinzukommen, immer unter der Kuratell, kann man sagen, des Propheten oder des Meisters oder des Lehrers oder des Führers Heidegger, wie der eigentlich scheitert. Also Sein und Zeit gehört ja zu den wichtigen, unvollendeten Hauptwerken der modernen Philosophie. Nietzsche hat den Willen zur Macht nicht vollenden können, auch Wittgenstein hat nach dem Traktatus Philosophicus gar kein fertiges Buch mehr geschrieben. Also das ist irgendwie fast so eine Art strukturelles Problem der modernen Philosophie, dass diese systematischen Hauptwerke nicht mehr zu Ende geschrieben werden. Und das gilt auch für Heidegger. Das ist ja eigentlich nur der erste Teil einer Philosophie, die dann noch weitergehen sollte. Und irgendwie, der zweite Teil ist nie erschienen, irgendwie gerät er da in ein Problem. Und diese reine, selbstbestimmte, eigentliche Existenz ist offensichtlich doch nicht in der Lage, auf eigenen Füßen zu stehen. Nein, weil diese Existenz, das, was Heidegger sozusagen dort entwickelt, als Entschlossenheit, könnte man vielleicht als Haltung bezeichnen. Und die ganze Problematik könnte man so zusammenfassen, dass sich diese Haltung auch in irgendeinem Verhalten realisieren muss. Und das Problem ist, wenn dieses Verhalten, als das sich dann diese Haltung realisiert, nicht sozusagen eine Eigendynamik gewinnt, die verhindert, dass man ständig wieder zurückfällt in diese Verlorenheit, aus der Heidegger ja seine Mitmenschen angeblich herausführen wollte, dann führt das irgendwie zu nichts. Das heißt, es ist sozusagen angelegt in der ganzen Grundstruktur seiner frühen Philosophie, dass sich das irgendwann in irgendeiner Weise auch als politisches Projekt realisieren muss. Dass das die Gesellschaft in irgendeinem Sinn verändern muss. Nur hat er selbst eben überhaupt keinen Zugriff auf diese Veränderung. Man könnte jetzt vielleicht etwas ketzerisch mit Adorno sagen, es gibt kein Richtiges im Falschen. Also allein durch Philosophie oder durch die Anstrengung des einzelnen Daseins in die eigentliche Existenz zu gelangen, funktioniert nicht. Es braucht offensichtlich doch eine gesellschaftliche oder politische Situation, die diesen Sprung in das Eigentliche ermöglicht. Könnte man das vielleicht so sagen? Und die erblickt Heidegger dann eben mit der politischen Bewegung der Nazis Anfang der 30er Jahre. Ja genau, das ist genau richtig. Und der Grund dafür, dass es sozusagen, also es gibt schon Gründe dafür, warum das sozusagen eher die Nationalsozialisten sind als die Kommunisten beispielsweise zu dieser Zeit. Ein Grund ist sicherlich, dass ihm diese Idee des Führerprinzips, die irgendwie im Kern seiner Philosophie angelegt ist, nicht in allen Details, wie das jetzt dann in der NSDAP verwirklicht wurde natürlich, aber sozusagen als Prinzip ist das irgendwie angelegt. Genauso wie diese Idee einer Schicksalsgemeinschaft, die natürlich sehr wichtig war für die ganze Mobilisierung der nationalsozialistischen Bewegung. Also Schicksalsgemeinschaft verstanden als Volk, das ist auch angelegt, das taucht ja auch einmal auf in seiner Zeit, das Wort auch, wenn das irgendwie nicht so klar ist. Aber trotzdem, diese grobe Richtung ist irgendwie angelegt und einerseits ist es notwendig, dass sie sich verwirklicht und es ist sehr naheliegend, dass sie sich in dieser Weise verwirklicht, wie sie es dann getan hat. Genau, der Kommunismus wäre ja für Heidegger zwar auch ein politisches Bewegungsprojekt, was mit dieser parlamentarischen Demokratie brechen will, aber was rein auf Rationalität, auf Vernunft, auf Planung eigentlich und Vorhersage setzt. Und das ist dieser Philosophie überhaupt nicht genehm. das Schicksalhafte, das sich eben auch einer Situation ausliefern, aber das ist ja auch eigentlich paradox, oder? Also die Selbstbestimmung zu erlangen, indem man sich eigentlich vollkommen ausliefert, einer schicksalhaften Situation, oder? In dieses Paradox gerät Heidegger mit Sein und Zeit. Und dann hat er kurzzeitig die Idee, das könnte sich jetzt mit den Nazis alles auflösen und die Situation wäre gekommen. Genau, so kann man das zusammenfassen. Deswegen heißt das Buch auch Selbst- und Fremdbestimmung, weil man sozusagen ständig in diesem... Genau, da kommt Heidegger nicht heraus aus diesem Problem. Und er denkt, möglicherweise die einzige Situation in seinem Leben, wo er das denkt, sind diese Jahre, ist diese Zeit des politischen Engagements. Also, zwangsläufig dieser Schritt, ist das eine Nazi-Philosophie? Was wäre passiert, wenn es nicht zum Nationalsozialismus gekommen wäre? Heidegger hat doch selbst irgendwie auch gemerkt, dass er ohne ein politisches Ereignis nicht weiterkommt, oder? Anfang der 30er Jahre. Also zwangsläufig weiß ich, ich möchte nicht mit irgendwelchen philosophischen Thesen die Geschichte so zurechtfälschen. Ich weiß nicht, also ich denke, es gibt eine Konsequenz darin. Zwangsläufig ist nichts in der Geschichte, denke ich. Aber es gibt eine Konsequenz und es gibt ein philosophisches Versagen, das mit der Unfähigkeit und vor allem mit der Unfähigkeit zu tun hat, Politik zu denken. Und dieses Versagen, das findet sich auch in der späteren Philosophie. Also das ist sozusagen ein philosophisches Versagen und das ist ja im Grunde genommen der größte Vorwurf, den man in der Philosophie machen kann. Können Sie das vielleicht nochmal präzisieren? Wir kommen jetzt auch schon langsam zum Schluss, damit Sie auch noch Zeit haben, uns zu fragen, inwiefern ist diese Philosophie nicht in der Lage, Politik oder das Politische zu denken? Denn Heidegger ist ja auf den Zug der Politik aufgesprungen 1933 und trotzdem kann man sagen, dass er das Wesen des Politischen zutiefst verkennt, dass er da überhaupt keinen Zugang hat. Was ist damit gemeint, wenn man das sagt? Ja, das ist eine sehr, sehr große Frage. Ich glaube, das hat was damit zu tun, dass er seine eigene Philosophie ständig für den Mittelpunkt der Welt hält, wenn man das jetzt mal sozusagen sehr flapsig sagt. Diese Perspektive verhindert es total, die eigenständigen Gesetze von bestimmten Bereichen wie der Politik zu verstehen, meiner Meinung nach. Im Übrigen auch ganz andere Bereiche ebenso, meiner Meinung nach. Also das könnte man auch über die Kunst sagen, das würde jetzt heute zu weit führen, über Heideggers Philosophie der Kunst, wenn man das so nennen will überhaupt und seine Überlegungen zur Dichtung zu sprechen. Da gibt es ganz ähnliche Probleme. Könnte man mit der Heidegger-Schülerin Hannah Arendt sagen, dass Heidegger und Heideggers Philosophie den Menschen im Singular denkt und nicht in der Lage ist, den Menschen im Plural zu denken? Und das Politische erfordert es, den Menschen im Plural zu denken, weil das Wesen des Politischen darin besteht, dass man mit anderen Menschen irgendwie umgehen muss. Und genau das sieht diese Philosophie eigentlich nicht, oder? Also diese eigentliche heideggersche Existenz ist etwas total totalitär monadisches. Und vor allem ist seine eigene Philosophie eben auch so. Und das ist eigentlich der sozusagen des Pudels Kern, wenn man so will. Also sozusagen diese Vorstellung des Menschen ist auch ein Produkt der eigenen Praxis des Philosophierens. Das merkt man natürlich, wenn man, kann man sehr genau nachvollziehen, wenn man Heideggers Interpretationen anderer DenkerInnen liest. Das ist ein einziger Monolog. Also der trifft dort immer nur das, was er dort hineingelegt hat. Zu einem gewissen Grad trifft das natürlich auf jede Auslegung zu, aber bei Heideggers ist das wirklich zu einem sehr erstaunlichen Grad gesteigert. Also würde ich sagen, seine Philosophie ist monologisch und deswegen irgendwie auch diktatorisch. Und das spiegelt sich natürlich dann in dem Menschenbild wieder, das aus dieser Philosophie hervorgeht. Also diese Philosophie kennt keinen Dialog. Später kann man das nach dem Krieg, Heidegger in der Zurückgezogenheit seiner Hütte zu Jüngern predigen, die es ja schon früh gab, auch in Deutschland, nicht nur in Frankreich, spielt dann eigentlich selbst diese Führerfigur nicht. Also ein raunender Prophet, der aber eben auch nicht sich im Dialog befindet mit seinen Schülern, mit seinen Jüngern, sondern der eigentlich autoritativ verkündet. Oder? Das ist der einzige Modus dieser Philosophie und das ist auch der blinde Fleck, über den wir gesprochen haben, was das Politische angeht. Das Mitanderen ist immer gleich das Mann, die Verfallenheit, das Uneigentliche, das es zu überwinden oder zu überspringen gilt. Und dazu müsste ich, also was mir immer sehr wichtig ist, dieser Punkt ist, dass neben diesem Diktatorischen eben ständig, um das zu verdecken, weil das natürlich eine unglaublich unsympathische Position ist, es diese Rhetorik, dieses Auftreten gibt, des sozusagen Zuhörenden, Gelassenen und vor allem Hörenden oder sogar Hörigen Denkers. Der hört eigentlich die ganze Zeit nur auf die Wahrheit des Seins und will so die Winke des Schicksals abfangen und gibt die dann nur weiter an seine. Das ist natürlich auch eine sehr typische Bewegung, aber die ist ganz wichtig bei Heideggers. Typisch für eine Prophetenfigur eigentlich auch. Aber er ist der Einzige, der die Wahrheit dem Sein irgendwie ablauschen kann und der das dann so weitergibt. Da merkt man vielleicht auch die religiöse, theologische Prägung Heideggers, der aus diesem katholischen Milieu kommt. Letzter Punkt, aber damit können wir auch dann tatsächlich direkt schon in die Diskussion übergehen. Jürgen Habermas, ein vehementer Kritiker von Heidegger, hat nach dem Krieg in den 50er Jahren gesagt, man muss jetzt anfangen, mit Heidegger, gegen Heidegger zu denken. Und tatsächlich besteht ja auch ein guter Teil der Philosophie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts in so einer Bewegung. Also wir haben Sartre erwähnt, wir haben die Dekonstruktion erwähnt, wir haben Herbert Marcuse erwähnt, der zu einem, der Meisterdenker der 68er wird, auch eher ein heideggerianer. Geht das mit Heidegger, gegen Heidegger denken? Gibt es Elemente dieser Philosophie, die sie immer noch lesenswert machen, an die man anschließen kann, ohne die ganze politische Misere dieser Philosophie mit einkaufen zu müssen? Oder geht das nicht? Vielleicht ist die Dekonstruktion ja ein interessantes Beispiel dafür, weil die greift ja natürlich erst mal einen Begriff von Heidegger auf, die Destruktion. Die Behauptung von Heidegger, sich in ein kritisches Verhältnis zur philosophischen Tradition zu begeben, die irgendwie den Horizont für all unser Denken, Handeln bestimmt, natürlich nicht nur, aber schon auch wesentlich mitbestimmt. Und das, was Heidegger behauptet, zu tun, würde ich schon sagen, das durchschaut Derrida auch, dass er das nicht tut, aber sozusagen diese Idee ist dann einmal ausgesprochen, auch in der Welt, und dann tut er das wirklich, oder versucht das zumindest zu tun. Und ich denke, das ist bei Sartre auch eine ähnliche, also sozusagen die Überlegungen, die man aus Heidegger heraus über Freiheit vielleicht entwickeln kann, und die entwickelt er dann, obwohl diese Freiheit bei Heidegger gar nicht wirklich da ist. Also manchmal bringt er sozusagen, indem er was sagt, was er selbst gar nicht wirklich tut, vielleicht in dieser Weise irgendwie Ideen in die Welt, die dann aufgegriffen wurden. Und natürlich wurden ja, ja wurden ja dann total bestimmend auch in Frankreich. Aber wobei ich dazu noch sagen will, also weil das oft ein Missverständnis ist, dass die wirklich wichtigen französischen DenkerInnen sich wirklich sehr kritisch mit Heidegger immer beschäftigt haben. Und zwar eigentlich von Anfang an. Aber Sie haben sich mit ihm beschäftigt, natürlich. Und das tun wir hier heute Abend, und wir werden es wahrscheinlich auch weiterhin tun, sonst würde man nicht mehr so viel über Heidegger reden. Ganz herzlichen Dank, Oliver Precht, für diesen wirklich anspruchsvollen und schwierigen Parcours im Zeitraffer. Eigentlich müsste man natürlich viel länger über diese Begriffe reden. Herzlichen Dank. Ja, meine Damen und Herren, wie versprochen, wir haben noch ein bisschen Zeit zumindest, bevor Frau Ilmer uns hier rausschmeißt. Gibt es Fragen von Ihrer Seite? Kommentare, Bemerkungen, Interventionen jeder Art? Hallo. Hallo. Ich hätte eine Frage. Können Sie mir vielleicht so als Laien erklären, Sie hatten eingangs gesagt, dass Heidegger irgendwie einer der größten Philosophen des 20. Jahrhunderts ist. Die letzte Stunde legt mir eher nahe, dass es eigentlich eine ganz schöne Flitzpiepe war. Was macht denn jetzt so den Reiz aus? Also ist es einfach so, dass er immer noch Anlass dazu gibt, über die ganzen Sachen zu sprechen? Dass sozusagen irgendwie die ganze Sache so ein bisschen aufgemischt hat, sage ich mal. Oder ist es tatsächlich auch der Inhalt, der immer noch irgendwie relevant ist? Danke. Ja, das ist natürlich eine super Frage. aber auch sehr schwierig. Also ich glaube, dieses Aufmischen ist nicht nur, also sozusagen die Philosophie damals zu zwingen, sich nicht nur mit den sozusagen überlieferten Fragen, sich nicht nur immer mit denselben Fragestellungen, mit sehr verästelten Dingen zu beschäftigen, sondern sich mit Problemen zu beschäftigen, die mit der eigenen Existenz zu tun haben. Das hat schon auch heute noch was Faszinierendes. Nur hat es natürlich sehr viel Belast und den muss man halt dann, durch den muss man sich dann ein bisschen durcharbeiten, um den dann vielleicht abwerfen zu können. Aber an sich hat sozusagen dieser existenzielle Moment oder existenzialistische Moment, wenn man so will, von Heideggers Philosophie, das hat schon was. Also das hat auch eine Energie, die auch, wenn man heute noch diese Texte liest, also bestimmte, vor allem die früheren Texte, das hat mich jetzt zum Beispiel schon, als ich Philosophie studiert habe, das hat mich schon noch irgendwie mitgenommen, das hat mich schon irgendwie fasziniert, weil das auf einmal eben nicht mehr nur so abstrakte Fragen sind, sondern dass diese berühmte Geste von Heidegger erstellt nur Fragen, in denen wir selbst mit in Frage gestellt werden. Und genau, also das hat eine Faszination. Ja, aber auch dieses Subjekt, was einem in seiner Zeit begegnet, oder? Also wenn man das liest, hat man das Gefühl, der Mensch, das Subjekt, was viele der philosophischen Klassiker bis dahin entworfen hatten, entsprach eigentlich dem Leben des Philosophie-Professors, also ein Vernunftwesen, was die Welt auf Distanz hält, was sich eigentlich so in einer Ruheposition befindet, idealerweise in einer stoischen Position der Gelassenheit, das entspricht oder entsprach gar nicht. der Lebensweise in einer modernen Gesellschaft. Und Heidegger hat auch, muss man sagen, und das offenbart natürlich auch die ganze Ambivalenz der Modernität, einfach ganz viel von, ganz viel modernen Zeitgeist in den 20er Jahren in die Philosophie hineingeholt. Wir wissen, wo das politisch hingeführt hat, aber trotz allem ist das eine unglaubliche Innovation. Also nicht, sonst wäre er auch nicht so fruchtbar gewesen und vor allem auch nicht so fruchtbar in beide politische Richtungen. Das zeichnet ja auch die tatsächlich produktiven modernen Denker aus, dass sie eigentlich immer eine linke und eine rechte, politisch links und politisch rechts stehende Wirkungsgeschichte gehabt haben. Es gibt links- und rechts- Hegelianer, es gibt links- und rechts-Nizcheianer bis heute, es gibt links- und rechts-Heideggerianer und eben nicht nur rechts-Heideggerianer, sondern man konnte diese Impulse auch in einem anderen politischen Spektrum aufnehmen und das, glaube ich, macht auch deutlich, welche Produktivität in ihnen gesteckt hat. Sie fragen ja sonst nie. Nein, ich bin immer inspiriert durch Ihr Gespräch. Und zwar würde mich mal interessieren, wenn das Dasein, das ein In-der-Welt-Sein und sozusagen ein Schicksalhaftes Bestimmt-Werden ist, wie merkt man eigentlich, wie merkt das Dasein, dass das Schicksal zu einem spricht? Ist das eigentlich ein kognitiver Prozess oder ist das eine Art von, sag ich mal, emotionaler Übereinstimmung, die sich ein plötzliches Matching, das man spürt und dann merkt man, dass das sozusagen das Bestimmt-Sein durch eine bestimmte Situation ist und ist dann Heidegger eigentlich auch anschlussfähig für so esoterische Lesarten? Ob er wirklich anschlussfähig ist, das kann ich nicht beurteilen, aber er wurde auf jeden Fall so verwendet. Ja, das ist interessant, weil Sie genau das richtige Wort gesagt haben, das Bestimmt-Sein, das passiert nämlich genau in der Stimmung. Das ist sozusagen einer der ganz wichtigen Begriffe in Heideggers Frühphilosophie. Und die Stimmung sagt Heidegger und das sind sozusagen so phänomenologische Analysen von wirklichen Stimmungen, die wir auch kennen, die sind wirklich auch, da wäre er schon auch sehr klug, trotz aller Kritik, die sind sehr faszinierend, diese Analysen der Stimmung, der Langeweile zum Beispiel, der Angst und noch einige andere. Und in diesen Momenten, in diesen sozusagen außergewöhnlichen oder auch gewöhnlichen Momenten wie der Langeweile, in denen bricht so etwas durch wie sozusagen dieses existenzielle Geschehen, das die ganze Zeit in uns schon passiert, aber das wir eigentlich nie so richtig mitbekommen. Und dann gibt es das Problem, aber dass wenn diese Angst zum Beispiel aufbricht, diese existenzielle Angst, das hat er von Kierkegaard natürlich, dann bedarf die aber trotzdem noch in letzter Instanz einer philosophischen Auslegung. Also wir können da irgendwie schon was ahnen, aber wenn wir das dann nicht noch auf den richtigen Begriff bringen, dann verfällt diese Angst auch wieder und wird zu einer bloßen Furcht, wie er dann sagt. Man kommt aus diesem Zirkel nicht so richtig raus, aber das sind sozusagen die Momente, in denen das aufblitzt oder aufscheint. Das ist doch eben auch wirklich faszinierend bei Heidegger, dass er solche Stimmungen philosophisch produktiv gemacht hat. Also es gibt, glaube ich, keinen Denker vor ihm, der so über die Langeweile nachgedacht hat. Es gibt nur wenige, Sie haben Kierkegaard genannt, die die Angst als etwas bestimmt haben, was nicht dazu da ist, um überwunden zu werden, im Hinblick auf die Gelassenheit, auf die stoische Ruhe und Gelassenheit, sondern man muss sich eigentlich dieser Stimmung aussetzen. Also man muss quasi in die Angst hineinkommen, weil man nur dann etwas lernen kann über das, was Dasein bedeutet. Könnte man vielleicht sagen, oder? Und das ist wirklich eine ganz neue Richtung des Denkens zur Heideggers Zeit gewesen. Ich glaube, das kann man so sagen. Wenn ich das Schweigen richtig deute, ist das sozusagen alle Fragen beantwortet. Dann bleibt mir an dieser Stelle nur seitens des Museums mich ganz herzlich bei Ihnen beiden für das sehr anregende Gespräch zu bedanken, bei Ihnen zu bedanken, dass Sie hier waren. Und wenn Sie, wie Philipp Felsch es schon angedeutet hat, wir wollen ja jetzt wieder in diesen Turnus zurück, dass wir uns mindestens zweimal im Jahr zu Theorien zur Praxis treffen. Also wenn Sie uns gewogen sind und gern wiederkommen möchten, dann lade ich Sie an dieser Stelle schon ein zum 13. September. Und dann haben wir wirklich so eine Art Kontrastprogramm zu Heidegger, denn dann haben wir eine sehr engagierte, sehr politische Intellektuelle, um die es da gehen wird. Da geht es um Susan Sonntag am 13. September. Susan Sonntag und zu Gast ist dann Annalisa Dieter, die mit Philipp Felsch eben über Susan Sonntag ins Gespräch kommt. Danke, dass Sie hier waren und noch einen schönen Juniabend. Kommen Sie gut nach Hause. Vielen Dank, Oliver Precht. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank. Vielen Dank.